Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest alleine im Let's Play mit der Fanny. Ich habe meine Gitarre in der Hand. Komm, ich spiele eine Runde. Ja. Ich finde das Lied so schön. Finde ich richtig cool. So, okay, dann mach die mal weg. So, jetzt ist die Frage, meine Lieben. Der Winter ist noch nicht da und ich weiß nicht, wo ich als nächstes hin muss. Das ist gut, oder? Das ist richtig gut. Also, die Höhle im Süden an meiner Abschlussstelle kennen wir. Die Höhle da, wo das I ist, kennen wir. Die Höhle links daneben kennen wir auch und die da rechts, äh, und die da ganz im Norden auch, oder? Und im Eisgebiet? Oh, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Eigentlich, eigentlich müsste ich nochmal dorthin, um alleine schon die GPS-Sender dorthin zu pflanzen. Wollen wir das einfach mal tun? Also, jetzt einfach mal in die Höhle da vorne. In die Höhle da vorne. Ja. Oh Mann. Ähm, nimm dir mal was in die Hand, Fanny, weil, ähm, danke. Sonst wackelst du zu sehr beim Laufen. Dahin will ich. Aber, ja, ist schon okay, ähm, ich hab mich jetzt nur gewundert, hab ich denn bei dem I nicht auch irgendwie, ähm, ein GPS-Sender schon hingepackt? Fragen, überfragen. Anscheinend ja nicht, sonst wärst du aber angegeben, ne? Ach, leckumio. Das war jetzt nicht geplant. Halt mich, das Ding noch. Ah, Gott. Ah, ich, ich hab dich geladen. Geh weg. Oh. Ich hab mich geladen, ne? Kannst du mal laden? Oh, ey, das, das war jetzt hier wirklich... Ich bin gleich tot, Leute. Was ist denn da los? Oh Mann, das ist heute nicht mein Tag, glaub ich. Ach, egal. Hab nur all meine Rüstung verloren. Verlammte Scheiße. Okay, ich glaub, das ist hier ruhig. Oh Mann. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Hallo, Eichhörnchen. Oh Mann, oh Mann. Aber gut, ich sterb so selten in dem Spiel, ne? Ich darf auch mal sterben. So, die erstmal den Rucksack. Boah, ich kann auch manchmal da nicht so schnell reagieren, ne? Das ist so... Das ist so übel. Wie viele Munitionen, 9 Millimeter, habe ich noch? 22. Bisschen nachgeladen. Ich muss gleich mal gucken, wo ich bin. Ach, shit, jetzt habe ich hier natürlich... ...die Axt nicht ausgerüstet. Das auch noch mal ein Seil. So, auf, dass wir wieder alle gleich hier sind. Aber Seile sind gut. Seile sind gut. Die brauche ich. Da ist noch eine... ...eine Box. Was? Seile voll? Geht ja mal gar nicht. Ähm. So, dann nimm dir mal deine Waffe in die Hand. Nachgeladen ist er. Und jetzt wollte ich mal gucken, wo bin ich denn jetzt? Ah, ja, okay. Wartet mal. Ja, okay. Gut, ich bin dann neben meines Hauses. Bin ja sehr weit gekommen, ne? Aber egal. Oh, ich sollte... ...Medikamente nehmen. Hab jetzt keine Rüstung mehr, gar nichts. Komm, iss mal den rohen Fisch noch. Da ist ja die Fanny heute weit gekommen, ne? So, okay. Weiter geht's. Ich wollte da sagen, ich... Ich wollte gerade sagen, ich speichere jetzt mal kurz. Aber, äh, das mal kurz ist, ähm, ne? Ein bisschen komplizierter hier. Mit Zeit aufbauen und so. Nix da mit Menü. Und einfach auf Speichern gehen. Ah. Ich hab eigentlich ne gute Reaktion, ja? Aber wenn dann so viele auf einmal dann... ...mich attackieren... ...dann... ...hab ich keine Reaktion. Ja, dann weiß ich immer nicht, was ich mit meinen Fingern auf der Tastatur machen soll. So, jetzt gehen wir einfach mal... ...bevor es Winter wird, nochmal, äh, zu einer Höhle. Machen dort GPS-Sender, ne? Damit wir die auch schon mal markiert haben. Das, was sie kennen und so. Also, ganz ohne Rüstung fühle ich mich nackt. So, ich muss auch nicht immer so rennen, ne? Mal so ein bisschen schleichen. Achso, okay, bin ich voll. Mal so ein bisschen schleichen wäre ja auch was Vorteilhaftes. Okay. 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 Ist es die Höhle mit den drei Kollegen? Nee, ne? Da verwechsel ich gerade was wahrscheinlich. Willkommen in the forest, meine Damen und Herren. Vielleicht bin ich ja hier auch alleine. Naja, wer es glaubt, ne? Wer es glaubt, wird selig. Und Schneehasen. Ein Schneehase. So, wie weit habe ich es denn noch? Ja, ist noch eine ganze Strecke. Ich habe Steine dabei, ich habe Stöcke dabei. Ich habe noch nicht mal einen Hasen getroffen. Entschuldigt, jetzt habe ich ganz schön. Ah, nachladen. Funny, nachladen. Und schon wieder die Blinden, ey. Aua. Gott. Was? Der ist da reingepackt, oder? Ihr macht mir Angst. Aber ich habe wenigstens wieder zwei Rüstungen. Ich gehe mal wieder. Ich gehe mal wieder. Ah. Ja, so kann man es auch machen. Oh Mann. Puh. Ja, da guckst du blöd. Aber die machen wenigstens ein paar Geräusche und heulen, ne? Ich würde so gerne speichern. Wirklich. So. Mal ein Screenshot. Ein Screenshot machen. Ah. Ich habe halt keine Muni mehr, Leute. Ich bin jetzt irgendwie an der Höhle. Jetzt ist nur die Frage, wo ist sie? Wo ist der Eingang? Wahrscheinlich hier irgendwo unten. Ja, sag ich doch, das ist hier. Seile habe ich leider voll. Aber die Swirl habe ich hier, ne? Eingepackt gehabt. Gut. Dann werde ich jetzt mal schnell. Da Dingens aufbauen. Mit einem GPS. So. Da. Ach nee. Wartet. Das war jetzt falsch. Ich steppe. Moment. Genau. Ich muss das doch erst mal als Höhle markieren. So, jetzt. Dann brauche ich wieder ein paar Steine. Sehr gut. Und schon haben wir es. Aber war ich hier schon drin? Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. War ich hier schon drin? Ah, ist das übel. Wie viele Batterien habe ich denn? Vier. Ich kann mich jetzt echt nicht hier an diese Höhle erinnern. Wo muss ich jetzt lang? Ich traue mich doch gar nicht weiter. Oder bin ich jetzt ein bisschen bescheuert. Ah, ich war hier drin. Ja, ich erinnere mich. Hier habe ich doch die Seilrutsche gekriegt, oder? Ja, komm, friss mal. Ja, okay. Flasche voll. Ja, toll. Hat die Fanny wieder gut gemacht, ne? Obwohl Platinen. Also Leiterplatten? Na, ich probiere. Wo habe ich das denn jetzt hingepfeffert? Keine Ahnung. Ich habe die Platine. Ja, ja, ich erinnere mich an diese Höhle. Lufttank nochmal eingesammelt. Ja, Seile kann ich nicht mehr einsammeln. Ja, ich habe die Platine. Verdammt. Gut. Okay, dann weiß ich Bescheid. Hier waren wir also. Ich glaube, hier habe ich die Seilroute gekriegt. Gut. Oh Gott. Oh Mann, ich bin fix und alle heute. Glaub mir mal. Wo bin ich denn jetzt? Achso, es ist dunkel draußen, deswegen. Aber kann ich hier wenigstens speichern und schlafen? Das wäre echt cool. Das wäre echt was für mich. Ich sage euch, Leute, das ist so der Hammer. Das ist so krass übel. Also erst mal hier speichern. So, und dann versuche ich mal zu schlafen. Oh Scheiße. Hier sind wieder Gegner. Babys. Ach, lecker mio. Oh. Ist Virgie da? Ich liebe diese Frau. Ja, komm, komm, komm. Ja. Hi Virgie. Wollen wir versuchen zu... Wollen wir versuchen zu schlafen? Ich versuche es nochmal. Ah, es hat funktioniert. Es war nur ein Baby oder zwei. Oh Gott. Na. So, dann kannst du deine Lampe mal wegmachen. Gut. Und dann hätten wir auch... Oh Scheiße. Danke, Virgie. Ach, kommt schon. Ehrlich? Ah. Wartet mal. Es schneit, ne? Warum zähl ich denn nicht? Wow. Du lebst da noch. Oh. Also das Spiel macht mich heute irgendwie fertig. Da ist noch ein Baby. Verdammt. Verdammt. Gib mir die Rüstung. Was ist denn hier los heute? Virgie? Oh nein. Meine Waffe. Alter. Oh, wenn ich jetzt wirklich nicht hätte, ne? Ich wäre dermaßen im Arsch. Ja. Bleib doch mal still. Dann können wir dich auch treffen. Hast du den... Oh Gott. Hast du den jetzt getroffen? Und wenn ja, wo? Virgie, hast du den einen Blinden getroffen? Wahrscheinlich, ne? Weil ich sehe den gerade nicht liegen. Alter Schwede, ist hier was los? Ah, mir ist... Ich hab Hunger, ja. Ja, ich hab Hunger. Genau. Wartet mal. Essen. Ach, jetzt ist auch noch Winter. So, aber das ist auch hier fließendes Wasser, dann kann ich doch hier bestimmt... Ja, ich kann hier trinken auch wunderbar. Ich sollte meine Basie hinbauen. Ach, das war heute wieder sehr aufregend. Und noch einmal. Oh, Virgie wäscht sich neben dem... neben ein Baby. Alles klar. So, jetzt muss ich aber hier wieder einen Speicherpunkt aufstellen. Ah. So. Nee. Jetzt. So, dann... Einmal speichern. 230 Tage schon, meine Güte. So, ich lass jetzt am besten... Das hält erstmal hier stehen. Mir ist arschkalt. Dann wärm dich doch auf. So. Dann wärm dich auf. Und ich sage dann erstmal, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Es war heute eine Menge los, nicht wahr, Virgie? Du bist toll. Ich mag dich. Ich mag dich. Ohne dich hätte ich das hier nicht geschafft. Ähm, genau. Virgie ist die Beste. Calvin, keine Ahnung. Der ist irgendwie gerade in Therapie oder so. Ähm, ja, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei... Da ist er doch. Na, Therapiestunde zu Ende? Wo warst du denn? Ach, naja. Egal. Gut, also. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Für eure Däumchen. Und auch für eure Kommentare natürlich. Und auch für eure Abos. Schön, dass ihr da seid auf meinem Kanal. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Bye, bye. Bye. Tschüss.